Was besagt der Lebensbewältigungsansatz nach Lothar Bönisch? Was meint Bönisch damit, wenn er sagt, dass das menschliche Handeln Bewältigungshandeln ist, hinter dem immer ein Bedürfnis steckt? Wie schaffen es einige Menschen, trotz kritischer Lebensumstände, in ihrem Leben konstruktiv handlungsfähig zu bleiben? Und wieso rutschen andere Menschen in eine extreme Abwärtsspirale? Zusätzlich schauen wir uns in diesem Video an, wie anhand des Lebensbewältigungsansatzes Mobbing erklärt werden kann. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um den Ansatz der Lebensbewältigung nach Lothar Bönisch. Auf dem Erzieherkanal erscheint jede Woche mindestens ein Video rund um Themen des Erzieherberufs. Lasse gerne ein kostenloses Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen und die Arbeit hinter dem Erzieherkanal zu unterstützen. Und jetzt viel Spaß beim Video. Wer ist Lothar Bönisch? Lothar Bönisch wurde am 17. Juni 1944 in Trautenau geboren und war Professor für Sozialpädagogik und Sozialisation im Lebensalter. Er studierte Geschichte, Soziologie und Ökonomie in Würzburg und in München. Von 1981 bis 1984 war Lothar Bönisch Direktor des Deutschen Jugendinstituts. Lothar Bönisch ist vor allem bekannt für das Verfassen einer mittlerweile zur Grundlage gewordenen Theorie der sozialen Arbeit und Sozialpädagogik. Dem Lebensbewältigungsansatz. Dieser bietet Erklärung für das menschliche Verhalten in Krisen. Bönisch selbst formulierte den Begriff der Lebensbewältigung in seinem Konzept als das Streben nach subjektiver Handlungsfähigkeit in kritischen Lebenssituationen, in denen das psychosoziale Gleichgewicht, Selbstwertgefühl und soziale Anerkennung gefährdet ist. Der Lebensbewältigungsansatz nach Bönisch bietet Erklärung, Analyse und gleichzeitig die Möglichkeit zur Entwicklung von Handlungsalternativen in der praktischen Arbeit mit Menschen in krisenhaften Situationen. Auch wenn Bönisch den Ansatz vor allem in Bezug auf junge Erwachsene und Jugendliche verfasst hat, lässt er sich auf Menschen aller Altersklassen anwenden, also von Kindern bis zu Senioren. Schauen wir uns jetzt den Lebensbewältigungsansatz nach Bönisch an. Das Streben nach Handlungsfähigkeit. Bönisch formulierte, dass eine Grundannahme des Lebensbewältigungsansatzes lautet, dass der Mensch zur individuellen Lebensbewältigung eine biologisch verankerte, intrinsische Motivation besitzt, nach Handlungsfähigkeit in seinem Leben zu streben. Der Mensch möchte also sein Leben unter Kontrolle haben, es in eigenen Händen haben und eine Wirksamkeit dabei verspüren. Eine Handlungsunfähigkeit ist für den Menschen laut Bönisch nicht aushaltbar. Vereinfacht gesagt, der Mensch möchte sein Leben bewältigen und dabei handlungsfähig sein. Für die Pädagogik und soziale Arbeit ergibt sich daraus auch ganz klar, hinter dem Verhalten eines Menschen steckt eine Geschichte, ein Bedürfnis. Daran lässt sich anknüpfen. Die Fachkräfte sollten dafür sensibilisiert sein und aufmerksam nachgehen, was den Menschen zu seinem jeweiligen Bewältigungshandeln bewegt. Die drei Formen der menschlichen Handlungsfähigkeit. Damit der Mensch handlungsfähig ist und diese Handlungsfähigkeit erhalten werden kann, kommen laut Bönisch drei verschiedene Verhaltensformen in Frage. Erstens, regressives Verhalten. Beim regressiven Verhalten wird zeitweise eine Handlungsfähigkeit hergestellt. Diese ist aber antisozial, kontraproduktiv, schädigend anderen und oder sich selbst gegenüber, beispielsweise dadurch, dass in der Schule der Unterricht gestört wird, andere deformiert oder gemobbt werden. Der Mensch versucht dann, sein Selbst dadurch zu behaupten. Diese Verhaltensweise geht immer auf Kosten anderer Personen oder auf Kosten der eigenen Person, im schlimmsten Fall auf Kosten beider. Es sollte versucht werden, dass der Mensch nicht auf diese Verhaltensweise zurückgreift und sie vermeidet. Zweitens, einfaches Verhalten. Beim einfachen Verhalten kann der Alltag des Menschen subjektiv befriedigend organisiert und bewältigt werden. Das gezeigte Verhalten der Person ist, im Gegensatz zur vorherigen Form, sozial verträglich. Die Person sucht sich jedoch nicht aktiv Hilfe zur Lösung des Problems. Die Möglichkeiten, Spielräume und Handlungsbedingungen können in der Regel nicht eingeschätzt werden. Man könnte auch sagen, der Mensch kommt in seinem Alltag irgendwie klar, ohne dass er dabei sich selbst oder anderen großartig schädigt. Das kann einerseits sein, weil er das Problem selbst nicht erkennt, sich nicht zu helfen weiß oder sich einfach nicht traut, Hilfe zu suchen. Als Hilfe können beispielsweise die Eltern, pädagogische Fachkräfte bei Kindern, Beratungsstellen und Psychotherapeuten bei älteren Menschen, Peergroups, Freunde, Familie und so weiter sein. 3. Erweitertes Verhalten Bei der erweiterten Verhaltensweise wird die Handlungsfähigkeit dadurch geschaffen, dass der Mensch die Lebenswelten und Kontexte, in denen er sich bewegt, mitgestaltet und daran teilnimmt. Er partizipiert also an seiner sozialen Umwelt und kann die eben bei der einfachen Verhaltensweise genannten Hilfen abschätzen, sucht diese gegebenenfalls auch aktiv auf und kann die Möglichkeiten, Spielräume und Handlungsbedingungen einschätzen. Diese Verhaltensform ist das Ideal und demnach anzustreben. Der Mensch sollte also den Weg dahin finden, in krisenhaften Situationen dieses Verhalten zu zeigen. Schafft er es nicht, dann sollten ihm andere Menschen dabei helfen. Die Mehrdimensionalität des theoretischen Konzepts der Lebensbewältigung nach Böhnisch Das Konzept der Lebensbewältigung ist mehrdimensional angelegt. Lothar Böhnisch spricht hier auch von dem Drei-Ebenen-Modell des Lebensbewältigungsansatzes. Dadurch kann das Bewältigungshandeln eines Menschen im Zusammenspiel mit der psychodynamischen, der soziodynamischen und der gesellschaftlichen Dimension analysiert werden. Diese drei Ebenen schauen wir uns jetzt genauer an. Die psychodynamische Dimension Diese Dimension beschreibt den tiefen psychologischen Argumentationskern der Theorie. Der Grundantrieb des Menschen, also das innere Verlangen nach Handlungsfähigkeit, trifft auf die soziale Umwelt. Dieses Zusammenspiel kann zu Spannungen führen und das innere Verlangen somit blockieren, beziehungsweise es verhindern. Es kommt also möglicherweise zu einem Verlust von Anerkennung, der Selbstwirksamkeitserfahrung, Rückhalt und so weiter. Und diese Blockierung oder Verwirrung kann durch verschiedene Lebensereignisse oder krisenhafte Situationen entstehen. Also beispielsweise durch den Verlust eines Arbeitsplatzes, einer Erkrankung, Trennung oder Scheidung, Tod einer geliebten Person und so weiter. Um das Ganze etwas besser zu verstehen, möchte ich ein Beispiel nennen. Wir stellen uns Karl vor. Karl ist zehn Jahre alt und seine Eltern haben sich frisch in einem heiklen Rosenkrieg getrennt. Karl wurde dadurch der Boden unter den Füßen weggerissen. Karl hat die Streitereien, das Geschrei und schlussendlich den Rauswurf seines geliebten Vaters hautnah miterlebt. Karls Vater und auch seine Mutter sind sich in einer Sache aber einig. Die Schule darf nicht erfahren, dass ihre Ehe gescheitert ist und was bei ihnen zu Hause abläuft. Zurück zur Theorie. Wenn das passiert, ist es möglich, dass es zu einer inneren Hilflosigkeit bei Menschen kommt. Kann diese innere Hilflosigkeit nicht irgendwie aufgehoben werden, dann muss sie laut Lothar Böhnisch kommuniziert und thematisiert werden. Dadurch findet ein Druckabbau bei Menschen statt. Dann wird nach neuen Handlungsmöglichkeiten zur Bewältigung gesucht. Es folgt die einfache oder erweiterte Verhaltensweise. Ist dies nicht möglich, dann kommt es neben der Hilflosigkeit zu einer Sprachlosigkeit bei Menschen. Diese Sprachlosigkeit kann ein Mensch auf Dauer nicht akzeptieren oder hinnehmen, da er ja aus einer intrinsischen Motivation nach Handlungsfähigkeit strebt. Diese innere Hilflosigkeit führt zu wachsendem Stress und zu Selbstwirksamkeitsstörungen. Gehen wir wieder in das Beispiel mit Karl. Niemand hat mit Karl über die Trennung gesprochen. Es ist einfach so geschehen. Karl fühlt sich vollkommen hilflos, orientierungslos und er weiß nicht, was er tun soll. Außerdem weiß er nicht wirklich, was er fühlen soll. In der Schule weiß auch niemand davon. Das wäre seinen Eltern ja auch extrem peinlich. Karl ist gleichzeitig ziemlich sauer auf seine Mitschüler, da diese heile Familien haben. Zurück zur Theorie. Es folgt die Abspaltung des Menschen. Die Folge können antisoziale und destruktive Bewältigungsversuche sein, wie eingangs beschrieben also die regressiven Verhaltensweisen. Diese Abspaltung des Menschen geschieht nach außen, also gegen andere, oder die Abspaltung geschieht nach innen, gegen sich selbst. Zurück zu Karl. Karl fängt an, den Unterricht mit Albereien und Scherzen zu stören. Karl hat das erste Mal wieder das Gefühl, etwas unter Kontrolle zu haben, auch wenn er dafür von seiner Lehrerin bestraft wird. Er bekommt positive Beachtung von den Mitschülern und negative Beachtung von der Lehrerin. Aber das ist nicht so schlimm. Immerhin bekommt er Beachtung. Die Lehrerin gibt ihm Strafarbeiten auf und schmeißt ihn mehrfach aus dem Klassenraum. Niemand fragt Karl ernsthaft, was bei ihm los ist. Die Lehrkräfte sind überfordert. Die Situation spitzt sich zu. Karl fängt an, auf dem Pausenhof Erstklässler zu ärgern, nimmt ihnen Dinge weg und prügelt sich mit ihnen. Seine Mitschüler haben Respekt vor Karl. Karl fühlt sich großartig. Er hat für eine kurze Zeit wieder Kontrolle und Macht in seinem Leben, fühlt sich stark und selbstwirksam und nicht mehr hilflos. In diesem Beispiel kam es zur Abspaltung von Karl nach außen, also destruktives Verhalten gegen andere. Es hätte auch dazu kommen können, dass Karl sich selbst schädigt, beispielsweise durch selbstverletzendes Verhalten oder dadurch, dass er sich selbst Schuldgefühle und ein schlechtes Gewissen einredet, dass sich seine Eltern getrennt haben. Kommen wir zur zweiten Dimension des Ansatzes. Die soziodynamische bzw. interaktive oder auch relationale oder intermediäre Ebene. Diese Ebene umfasst das Milieu, in dem der Mensch aufwächst. Böhnisch beschreibt den Begriff des Milieus wie folgt. Mit dem Begriff Milieu beschreibe ich einen sozialräumlichen und sozialemotionalen Kontext der Gegenseitigkeit, in dem sich prosoziale Bewältigungskompetenzen entwickeln können. Damit meint Böhnisch zum Beispiel Familien, Peergroups, aber auch Organisationen wie Schule, die Arbeitswelt, Internetcommunities und so weiter. Diese Milieukulturen werden auch als Bewältigungskulturen begriffen. Es stellt sich dann die Frage, ob diese Milieu- und Bewältigungskulturen die Thematisierung der Lebenskrise fördern, also eine sozial erweiternde Bewältigungskultur vorliegt, oder die Abspaltung des Menschen fördert, also eine sozial regressive Bewältigungskultur vorliegt. Bewältigungskulturen beeinflussen also die Bewältigungsformen, also ob es zu einer Abspaltung oder Thematisierung kommt. In unserem Fallbeispiel mit Karl wäre hier der Fokus ganz klar auf der Familie, beziehungsweise auf Karls Eltern. Hätten Karls Eltern die Trennung und die damit einhergehenden Konsequenzen mit Karl altersgerecht, fair und konstruktiv besprochen, wäre es wahrscheinlich nicht zu einer Abspaltung und den regressiven Verhaltensweisen von Karl in der Schule gekommen. Auch hätten Karls Eltern in der Schule Bescheid geben können, damit dort zumindest etwas mehr Verständnis für Karls Situation geherrscht hätte. Auch Organisationen und Einrichtungen wirken sich auf Bewältigungsformen aus. Beispielsweise könnte die Schule bei unserem Beispiel eingreifen und Karl dahingehend unterstützen, dass sie die krisenhafte Lebenssituation mit Karl thematisiert und somit ein konstruktives Bewältigungshandeln fördert. Auch wenn die Schule nichts von der Scheidung der Eltern gewusst hätte, wäre ein ernsthaft interessiertes Gespräch zwischen Lehrkraft und Karl sehr hilfreich und förderlich gewesen. Das Milieu, in dem eine Person aufwächst, beeinflusst also die Bewältigungskultur. Also ob etwas thematisiert wird und somit förderliche Verhaltensweisen gefördert werden oder ob es bei Menschen zur Abspaltung kommt. Schlussfolgernd also, ob es bei dem anhaltenden Gefühl innerer Hilflosigkeit bei Menschen zu einfacher, erweiterter oder regressiver Bewältigung kommt. Sozialstrukturelle und politische Ebene der Lebens- und Bewältigungslagen oder auch die gesellschaftliche Dimension. Das ist die letzte der drei Dimensionen, auf der Bewältigungshandeln von Personen analysiert werden kann. Böne schmeint mit dieser Dimension die sozialstrukturelle Einbettung der Lebensverhältnisse und damit die ökonomisch-sozialen Ressourcen individueller Lebensbewältigung. Dazu zählt unter anderem der sozioökonomische Status, Bildung, Rechte, Einkommen und so weiter. Spielräume, die den Menschen gesellschaftlich gewährt werden, sozialstrukturelle Ermöglichungen und Verwirrungen der Lebensführung und Lebensbewältigung, zusätzlich nennt bönisch beengte Wohnverhältnisse und zureichende Bildung und ein niedriges Einkommen als negativen Einflussfaktor auf das individuelle Bewältigungsverhalten. Dadurch wächst der Abspaltungsdruck. Auf unser Beispiel bezogen bedeutet das, dass das Bewältigungshandeln von Karl einer gewissen Wahrscheinlichkeit unterliegt, in Abhängigkeit davon, in welchem Milieu er aufwächst. Da es sich bei Karl um ein Kind handelt, würde man sich den sozioökonomischen Status von Karls Eltern anschauen. Klicke hier, um zu dem aktuellsten Video auf dem Erzieherkanal zu gelangen. Lasse hier ein kostenloses Abo da. Für weitere Infos schaue doch mal auf der Homepage www.erzieherkanal.de vorbei. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Simon vom Erzieherkanal